Moin Leute, willkommen zurück bei der Evolve Beta. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder eine Runde mit dem Geist. Ja, wir nehmen auf jeden Fall wieder unser Standard-Setup. Ich komme damit sehr gut zurecht. Wir haben vier Gegner. Ich bin gespannt, wie die sich aufstellen werden. Welche Assault, Trapper, Support- und Medic-Klassen. Ja, man darf gespannt sein. Vom Level her, einer war Level 8, die anderen waren alle so Level 14, 13, 12, so in dem Dreh, glaube ich. Oh ja, Lazarus wieder am Start, alles klar. Ja, da müssen wir aufpassen. Der Lazarus, der kann die Leute halt wieder beleben. Das ist schon eine klasse Fähigkeit, muss man mal so sagen. Ja, wir werden uns auf jeden Fall direkt wieder auf die Suche nach etwas Essbarem begeben. Und lassen uns dann überraschen, ob wir es schaffen, wieder auf Stufe 3 zu evolven. So, wir legen hier direkt los. Einmal schnell schnüffeln. Noch nichts in der Nähe. Doch, da unten war was. Oh fuck! Ja, okay, komm. Jetzt bin ich hier schon mal dran. Jetzt muss ich es durchziehen. Warte, wir könnten uns nochmal hier unseren... Ah, der Decoy geht weg, sobald ich mich wieder zeige. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dann explodieren wir einfach nochmal. Ist er tot? Ja, wollte ich schon sagen. Oh ja, jetzt sind die Menschen sogar schon da. Ja, geil. Geil, geil, geil. Direkt in die Viecher reingelatscht. Okay, hoffen wir mal, dass die Menschen... Oh, hä? Wollte schon sagen. Also, den werde ich ja wohl nochmal fressen können. Mensch, Mensch, Mensch. Was ist das jetzt für ein Archivment, was ich da bekommen habe? Frag mich nicht. Frag mich, was leichteres. Oh. Zwei. Oh, fuck. Ich glaube, sie sind drauf reingefallen, oder? Auf meinen Decoy. Also, auf meinen Doppelgänger. Wäre auf jeden Fall gut. So, wir gehen hier runter. Den da schnappen wir uns mal eben. So. Dankeschön. Sind die hinter mir? Ja, Daisy ist, glaube ich, hinter mir her, oder? Ich hasse es, wenn die mit Daisy spielen. Die findet einen immer. Kannst du machen, was du willst. Oh, der hat's überlebt. Komm. Kill ihn. Okay, warte. Wir probieren jetzt natürlich wieder... ...hier wegzukommen. Und hier... ...evolven wir einfach direkt. Weil, die haben den, äh... Shit. Ja, mal schauen, ob die es gecheckt haben. Äh, Supernova nehmen wir schon mal auf eins mit. Was man hat, hat man. Nein, ich sehe sie nicht. Doch, da drüben. So, genau. Ah, warte. Wir machen's anders. Damit rechnen die bestimmt nicht, dass ich jetzt hierher gehe. Ne. Ich glaub, die hauen alle ab. Wohl, Daisy wird das doch verstehen, oder? Oder was macht Daisy jetzt? Ich weiß es nicht. Vorne war einer. So, wir müssen auf jeden Fall probieren, jetzt, äh... ...wieder ein bisschen was zu futtern. Ich glaub, es ist hier grad gar keiner mehr jetzt hinter mir her. Ich glaub, die haben eine komplett falsche Richtung jetzt eingeschlagen. Da haben wir sie gut abgelenkt. Möchte ich mal meinen. Vorne ist ein Digger. So, hier können wir zwei essen. Den da auch, bitte. Und hier liegt da auch noch einer. Sind so klein. Oh, warte mal. Zack! Den ersten haben wir grad down gekriegt. So, warte mal. Dann rasten wir jetzt mal eben aus. Und machen Daisy auch nochmal kalt. Wow! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass sie sich jetzt schon gegen mich stellen. Hallo! Da bin ich wieder. Ich hab gesehen, dass ihr aufgestanden seid. So geht das ja jetzt ja nicht, ne? Deswegen direkt wieder ausrasten. Direkt hier ihn wieder ein bisschen schlagen. Komm schon. Okay. Wieder zum Dingens mutieren. Und wir schnappen uns den da. Hallo! Den Minus. Oh, da kam noch einer grad dazu. Bam! Der Skipper. Der Skipper, der liegt doch auch gleich. Den schnappen wir uns. Zack! Ich weiß nicht, ob das noch in der Luft gezählt hat oder nicht. So, warte. Gegen den Skipper rasten wir mal eben aus. Auch wenn der das Schild offen hat grad. Also, dass er schie... Oh! Fuck! Bombardement. So, wir sind hier. Und... Bam! Das hat gut gesessen. Das hat gut gesessen. Bindeglied müsste tot sein, wenn er jetzt nochmal am Boden liegt. Ne, doch noch nicht. Okay. Oh, warte. Muss aufpassen. Ich will natürlich nicht, äh... Nicht sterben, ne? Also... Das sollten wir schon beachten. Der Skipper, der Skipper. Und explodieren. Den haben wir. Und... Zack! Da haben wir den nächsten. Und ausrasten. Ja, ich hab ausrasten halt noch nicht auf so einem hohen Level. Aber zur Not hau ich hier gleich ab. Ist ja gar kein Problem. Oh, wir haben gleich übrigens alle down. Zack! Das zählt auf jeden Fall als aus der Luft gegriffen. Ey, das Argument ist aus der Luft gegriffen. Oh, wenn... Stacy down. Wo Stacy? Weiß es nicht genau. Aber wir evolfen ja einfach mal. Da kriegen wir immer noch ein paar Punkte für, wenn wir evolfen. So, alles klar. Äh, zack, zack. Und den Griff. So. Ich weiß nicht, ob Daisy den jetzt wieder hochhilft. Falls ja, gibt's halt nochmal ein bisschen Schlacht. Obwohl ich mich dann natürlich ärgern würde, wenn wir das hier noch verkacken, ne? So, jetzt greife ich hier das Stromaggregat an. Ich weiß nicht genau, also ich weiß wirklich nicht genau, warum wir noch nicht gewonnen haben. Ich denke mal, weil Daisy halt noch irgendwo lebt. So, und jetzt greifen wir hier an. Solange ich keinen Schaden bekomme, weiß ich ja, dass die noch nicht am Leben sind. Das Stromrelay haben wir auch schon länger nicht zerstört. Wird ja auch mal wieder Zeit, dass wir das mal wieder machen. Und eine Minute dauert es noch, bis sie wiederkommen. Also von daher brauchen wir uns noch keine Gedanken machen eigentlich. Stromrelay haben wir gleich. Und noch keiner ist da. Ich krieg noch keinen Schaden. Das trifft sich natürlich hervorragend. Und ich hab keine Ahnung, was Daisy macht. Daisy wartet wahrscheinlich einfach irgendwo. Und ja, die Runde haben wir gewonnen. Stromrelay zerstört. Tja, so kann man auch gewinnen. Auf Stufe 2 haben die uns schon ziemlich hart angegriffen. Und wir haben uns einfach mal auf die Schlacht eingelassen. Oh, wir kriegen Stufe 13 jetzt. Sauber. Da bekommen wir jetzt diesen Health Boost. Wie gesagt, ich weiß nicht. Heilt 15 Punkte pro Sekunde. Oh. Ich weiß nicht, ob das halt für Mensch oder für Goliath, also für Monster oder Jäger gilt. Aber entwickle ich zur Stufe 3. Haben wir geschafft. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben jetzt auch mit dem Teleportationsding. Dürfte ich eigentlich ein paar Punkte kriegen. Weil da haben wir doch schon gut ausgeteilt eigentlich, wie ich das gesehen habe. Werden wir jetzt aber hier bei den Charaktereigenschaften natürlich sehen. 3, siehste? Sag ich ja. 3 aus der Luft gegriffen. Uah, nicht schlecht. Ablenkung auch nochmal ein bisschen was drauf. Und die Supernova. Ja, hat jetzt auch ungefähr die Hälfte erreicht. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Haut rein.